Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns Google Meet Schrägstrich Google Hangouts etwas genauer an. Hat man die G-Suite abonniert oder ist zugriffsberechtigt, weil man zum Beispiel eine Schule, eine NGO oder NPO ist? Dann hat man mit meet.google.com die Möglichkeit, Online-Meetings zu veranstalten. Das funktioniert natürlich nur mit den E-Mail-Adressen, die mit der G-Suite erstellt wurden und nicht mit privaten E-Mail-Konten beziehungsweise privaten Google-Mail-Konten. Jetzt schaut das Ganze so aus. Auf der Startseite hier habe ich aktuelle Daten eingeblendet und zum Beispiel, wenn ich heute Termine in meinem Google-Kalender vermerkt habe mit Google Meet, das schauen wir uns später an, dann stehen die auch hier. Sonst kann ich als Host dienen und eine Besprechung starten. Jetzt kann ich der Besprechung einen Namen geben und dann auf Weiter klicken. Jetzt nehme ich mal teil. Es wird gecheckt, ob meine Kamera funktioniert und mein Mikrofon eingeschaltet ist. Es gibt auch immer Hinweise, wie das ausschaut. Idealerweise hat man zum Beispiel ein externes Mikrofon oder verwendet beim Laptop direkt das interne Mikrofon und Kopfhörer. Denn wenn der Laptop etwas zu laut aufgedreht ist, dann koppelt das Ganze. Also man produziert damit ein Echo oder eine Endlosschleife bis hin zum Quietschen. Naja, hier gibt es das Vorschaufenster, hier bin eigentlich ich, ja, ein wenig verschwommen und dann kann ich jetzt hier teilnehmen. Wenn ich jetzt teilnehme, bin ich aktuell ganz alleine und habe als erstes mal die Möglichkeit, hier diesen Besprechungslink zu kopieren. Wenn nämlich dieser Besprechungslink weiter verschickt wird, dann kann man einfach teilnehmen. Das schließe ich wieder und jetzt habe ich sozusagen hier die ganz normale Standardansicht. Das Ganze funktioniert jetzt so. Hier befinde ich mich jetzt in einem Inkognito-Tab und bin nicht angemeldet. Also mit gar keinem Google-Konto oder mit irgendeinem Konto. Und nun werde ich einfach diesen Besprechungslink aufrufen. Das heißt, vorher war ich jetzt der Host und jetzt bin ich plötzlich Teilnehmer. Ohne Google-Konto, ohne Anmeldung. Einfach direkt im Browser. Natürlich möchte meet.google.com Mikrofon und Kamera verwenden, sonst zieht und hört man mich nicht. Klicke ich auf Zulassen. Und dann habe ich auch hier die Vorschau und gebe mal meinen Namen ein und erbitte die Teilnahme. Weil ich natürlich ein externer User bin, muss der Host teilnehmen drücken. Ein kurzes Signal ertönt und dann steht auch hier, jemand möchte an dieser Besprechung teilnehmen. Und wenn ich hier auf Zulassen gehe, dann darf diese Person ganz einfach teilnehmen. So, und schon ist auch der oder das Pseudonym Herbert drin und sieht sozusagen mein Webcam-Bild. Hier oben sieht man jetzt zwei Teilnehmer, Herbert und der Host. Und bei mir als Host sehe ich natürlich das Gleiche. Ich sehe mich und den Herbert. Der Herbert hat aktuell seine Videokamera noch deaktiviert. Aber wenn er spricht, dann sehe ich, wie sein Mikrofon funktioniert. Ich kann jetzt den Herbert zum Beispiel hier stumm schalten. Und dann kann er nicht mehr sprechen. Er müsste dann sein Mikrofon extra wieder aktivieren. Aktivieren kann ich es jedoch nicht. Was ich aber noch machen kann, ist zum Beispiel den Herbert anpinnen. Dann ist der sozusagen in der Hauptübersicht auf meinem Bildschirm. Oder, was ich auch machen kann, ist, ich kann ihn rauswerfen. Also sozusagen aus der Besprechung, beziehungsweise aus dem Anruf entfernen. Und dann fliegt er gleich wieder raus. So einfach funktioniert das Ganze. Jetzt gibt es noch ein paar kleine Tipps und Hinweise. Also Problemchen, die ganz oft auftreten können. Beispielsweise unter Windows hat man ganz oft das Problem, dass plötzlich das Mikrofon nicht geht, obwohl eigentlich das Mikrofon aktiviert ist. Da muss man in den Windows-Systemeinstellungen mal genauer schauen. Und zwar unter Mikrofon und die Einstellungen durchprobieren. Irgendwo verbirgt sich ein Mute-Button. Und der ist meistens dann aktiviert. Und deswegen funktioniert das Ganze nicht. Die zweite Möglichkeit ist, dass links oben im Browser, etwa hier oben, da ist ein Schlosssymbol bei Google Chrome und auch beim Firefox etwas Ähnliches. Und hier kann natürlich sein, dass das Mikrofon blockiert ist. Und wenn das Mikrofon blockiert ist, dann hört man eben nichts. Deswegen muss hier Zulassen ausgewählt sein. Eine weitere Sache kann sein, dass diese Leiste hier unten verschwindet. Dann muss man eben die Maus bewegen. Und dann kann man automatisch auch wieder das Mikrofon ausschalten oder auch die Kamera. So, jetzt haben wir ja im letzten Video schon gesehen, dass man den Bildschirm teilen kann, zum Beispiel einen ganzen oder ein Fenster. Und rechts daneben befindet sich ein kleines Menü. Hier in diesem Menü muss natürlich zum Beispiel in den Einstellungen ausgewählt werden, welches Mikrofon verwendet wird. Wenn nämlich hier das falsche ausgewählt ist, dann hört man auch nichts. Man kann das einfach nachtesten, denn wenn man spricht, dann schlägt hier das Ganze aus. Ist das falsche Mikrofon ausgewählt, dann bleibt das Ganze stumm. So, beim Lautsprecher ist es genauso. Ich muss hier natürlich den richtigen Lautsprecher auswählen und kann das Ganze mal testen, ob das funktioniert. Wenn ich nämlich hier laut aufdrehe und hier auf Testen drücke, dann wird eben so ein Testton abgespielt. Wenn ich das höre, dann funktioniert alles tadellos. Auch unter den Einstellungen gibt es die Möglichkeit, wenn es der Domain-Administrator aktiviert hat, die Besprechung aufzuzeichnen. Dann wird eingeblendet, dass das Ganze aufgezeichnet wird und damit sollten natürlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einverstanden sein. Ein ganz nettes Feature versteckt sich noch hier unten und zwar kann ich die Untertitel aktivieren. Aber Vorsicht, das funktioniert auf Englisch schon ganz gut. Auf Deutsch jedoch noch nicht so gut. Derzeit erkennt er auf jeden Fall Englisch. Also das funktioniert ganz gut und damit sehen dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer automatisch Untertitel. Kann schon ganz praktisch sein. Letzte Sache, die ich vorzeige, ist die Möglichkeit, das Layout zu ändern. Grundsätzlich passt sich Google Meet ganz intelligent automatisch an. Das ist die Standardeinstellung. Das heißt, wenn hier weniger Teilnehmer sind oder Teilnehmerinnen, dann werden die hier gekachelt dargestellt. Also wenn es zum Beispiel ein Google Meet mit drei Personen ist, mit mir und mit zwei weiteren, mich selbst sehe ich rechts oben ganz klein und die anderen beiden nehmen je eine Hälfte vom Bildschirm ein, links und rechts. Bei drei ebenso und bei vier ebenso und ab vier wird es dann schwierig. Dann könnte ich drei verschiedene Arten auswählen. Einerseits gekachelt, dass ich die in kleineren Bildern hier sehe oder mit einer Seitenleiste, so dass eine Person groß in der Mitte ist und der Rest hier auf der Seite in einer Seitenleiste. Jedoch werden hier auch immer nur vier oder fünf angezeigt und nicht mehr. Fokus, da erkennt dann Google Meet automatisch, wer spricht und die Person, die spricht, wird in der Mitte eingeblendet. Und wenn jemand nicht spricht oder das Mikrofon deaktiviert hat, bleibt er dann ganz einfach da oben in der teilnehmenden Liste. So, last but not least, es gibt noch einen Chat und in diesem Chat kann natürlich geschrieben werden. Das sehen dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und können natürlich darauf antworten. Hier kann man zum Beispiel auch Links verschicken, die werden direkt als Link erkannt und da muss man natürlich das www davor setzen und dann kann man das Ganze auch anklicken. Das eignet sich zum Beispiel um Dokumente oder ähnliches zu verlinken. Viel Spaß bei Google Meet und bis zum nächsten Mal.